Jennifer Grieb am Bahnhof in Balingen-Engstlatt. Gerade mal 3 Monate ist es her, dass die 18-Jährige hier von einem Zug angefahren wurde. Ich hätte nicht gedacht, dass man so etwas überleben könnte. Wenn man so etwas auf den 1. Blick hört und denkt. Ich finde es echt, Schutzengel habe ich echt gehabt. Es ist der 16. Juli. Jennifer Grieb kommt mit dem Zug von der Arbeit. Sie will 5 Minuten schneller zu Hause sein und wie immer über die Gleise laufen, um abzukürzen. Entfernt sieht sie eine Rangier-Lok. Der Lokführer steht aber noch draußen. Ich hätte mir niemals gedacht, dass er so schnell losfährt. Es haben sogar noch Leute zu mir am Bahnhof gesagt, ich soll bloß aufpassen, ich soll warten. Ich habe sogar noch kurz gewartet, aber da stand er noch draußen. Ich habe wahrscheinlich so lange auf den Gleisen gebraucht, dass er eingestiegen ist und mich nicht mehr gesehen hat. Als Jennifer über das 2. Gleis läuft, ist plötzlich die Lok da. Das hat mich so weggehauen. Viel weiß ich nicht davon. Ich weiß nur, dass es einen ziemlichen Schlag getan hat und danach einfach so Schmerzen hatte. Ich war so im Schock. Aber Jennifer Grieb hat großes Glück. Nur ihr Bein ist gebrochen. Ihr Unfall war der erste am Bahnhof Engstlert, obwohl hier viele Menschen regelmäßig über die Schienen laufen. Das Problem ist seit vielen Jahren bekannt, dass hier eben viele aus dem Neubaugebiet Bohl-Herzen war, sind über die Bahnschiene laufen. Da haben wir einfach kurze Wege zu haben. Wir haben hier starke Bahnfrequentierung. So alle 20 Minuten kommen Zug. Und früher, als die Dampflug kamen, war das kein Thema. Da sah man dann den Rauchschweif von vorne. Und heute ist es so, Sie hören den Zug nicht. Balingen ist kein Einzelfall. Überall im Land passieren Unfälle. Hier ist es nur eine nachgestellte Szene. Aber oft sind Menschen wirklich leichtsinnig und laufen über die Gleise. Wie vor kurzem in Karlsruhe. Von Güterzug erfasst 23-Jähriger in Lebensgefahr. Oder ICE erfasst Mann in Stuttgart, tot. In Baden-Württemberg gab es in diesem Jahr bisher 65 solcher Bahnunfälle. Über Schienen zu gehen ist das eine. Vor allem für junge Menschen scheinen Züge und Bahnanlagen aber auch so etwas wie ein Abenteuerspielplatz zu sein. Täglich muss die Bahn die Gleise sperren. Wenn Menschen die Gleise betreten, die nicht damit vertraut sind, dann begeben die sich in größte Gefahr, in Lebensgefahr sogar. Weil ein Zug sehr schnell fährt, nicht ausweichen kann, einen langen Bremsweg hat. Und wenn Mensch und Zug zusammenstoßen, führt es zumindest zu sehr schweren Verletzungen, oft aber auch zum Tod. Viele scheinen das nicht ernst zu nehmen. Sogenannte Trainsurfer hängen sich außen an die Züge, wie hier bei Mannheim, filmen sich bei voller Fahrt, stellen die Videos ins Netz. Vor allem bei Mädchen sehr beliebt. Fotos auf den Gleisen mit der besten Freundin. Und wieder andere klettern auf stehende Waggons als Mutprobe oder einfach nur aus Spaß. So wie Felix Karbach aus Rastatt. Er stieg auf einen abgestellten Güterzug. Er litt schlimmste Verbrennungen. Denn auf den Oberleitungen sind 15.000 Volt. Ein Lichtbogen kann einen Menschen noch in über einem Meter Entfernung treffen. Um solche Unfälle zu verhindern, versuchen Bahn und Bundespolizei, über die Gefahren an Bahnanlagen aufzuklären. Sie gehen zum Beispiel an Schulen und arbeiten mit Schockvideos im Internet. Mehr als warnen könne man aber nicht. Alle Gleise zum Beispiel einzuzäunen, sei unrealistisch. Ein Zaun, der alle Bahnanlagen einzäunen würde, der wäre mit 80.000 Kilometern so lang, dass man zweimal um die Erde drehen könnte. Also von der Seite her sicherlich nicht die optimale Lösung. Wir gehen schon dran, dort wo es erforderlich ist. Ein Zaun kann punktuell eine gute Lösung sein. So wie in Balingen-Engstlad. Dort hat die Gemeinde an einer gefährlichen Stelle einen Zaun gebaut. Wenn Jennifer Grieb jetzt jemanden sieht, der über die Gleise laufen will, versucht sie ihn davon abzuhalten. Denn sie selbst würde das nie wieder machen. Also ich selber mache es nicht mehr, nee. Dann laufe ich lieber außen rum, dann laufe ich halt 10 Minuten länger. Aber das ist mir echt wert. Mittlerweile kann die 18-Jährige wieder ohne Krücken gehen. Schäden wird sie von ihrem Unfall nicht zurückbehalten.